Pro Wort, ne? Also pro Wort 25. Für jeden Firma zu Geburtstag. Das heißt, wenn alles optimal läuft, können das insgesamt 100 Personen werden. Wenn alles läuft. Bei Ungemerk dann nichts. Ja, kann man essen, alles und so. Huck sogar in die Kopfhörer. Los, hopp! Pommes, Hamburger, Shakes, alles was da gibt. Ja, jedes Wort, persönliche Gutschein. Insgesamt fünf Personen. Für jeden. Dein Begriff heißt nun Spielplatz. Ähm, Rutsche? Rutsche. Sandkasten? Sandkasten. Schaukel? Schaukel. Wippe? Wippe. Ja, ihr habt doch keine Ahnung, wie ihr erwachsen. Ja, das ist alles richtig gesagt. Musik aus. Ruck, zuck, die Kopfhörer nach vorne. Pro richtiges Wort gibt's einen Gutschein. Für fünf Personen, aber für jeden. So, euer Begriff heißt nun, jeder fünf Sekunden halt bis zum Gips auf. Ich halte ihn alles fest. Heißt nun, Spielplatz. 20 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Rutsche, Karussell, Schaukel, Sand, Burg, ähm, 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 ähm. Kinder, ähm, ähm, Leute, Menschen, ähm, Spielraum, Kletterbaum, Rutsche, Schaukel, ähm, Blätter, Sand, Sandkasten, ähm, Klettergerüst, ähm, Rutsche, Schaukel, ähm... Na, nur die Wippe fehlte. Macht ja nichts. Habt doch zugeschlagen. Kommst du mir nach vorne. Kommt, zack. Gutscheine von Saturn Hansa im riesen Umfang. Spiele. Und dann, für jedes Wort kann jeder fünf Personen einladen, also jeder kann 15 Personen einladen. Wah, Wahnsinn. Bis dann. Tschüss, servus. Und morgen geht's dann wieder normal weiter. Aber ich muss sehr, sehr ausruhen. Ciao, tschüss. Super, war da. Ah, ja, ja. Söhne. Avi, eins. Tschüss. Derek. Dian & Y dir.